Wie werden Ihre Träume wirklich heilen? Jeder, der hier ist, hat einen anderen Träume. Zu heilen. Ein Heim zu bauen. Ein Geschäft aufzubauen. Eine Karriere aufzubauen. Bildung aufzubauen. Ein Talent aufzubauen. Erfolg aufzubauen. Man kann es überall hin schaffen, egal von wo man beginnt. Das ist die Wahrheit. Und ich kann es mit Recht sagen, ich habe es gelebt. Dann schickt er sie auf ihren Lebensweg. Jeder hat seine eigene Geschichte. Miss Doyle sagte gestern zu den Frauen, sie haben ihre eigene Geschichte. Das ist meine Geschichte. Diese Geschichte ist eine Reise. Ich erzähle ihnen das, woraus sie das tun müssen. Sie müssen keine Biografie schreiben, aber sie müssen die Biografie ihres Herzens und ihres Kopfes lesen. Es kommt der Moment, in dem sie innehalten und sie fragen müssen, wer bin ich? Woher komme ich? Woher gehe ich? Wie ist das geschehen? Ich habe einen Plan für dein Leben. Es ist ein Plan zum Kunden, nicht zum Bösen. Es wird dir eine Zukunft mit Hoffnung bringen. Ich bin nicht gestern. Mit Hoffnung. Die Gäste beleben im Morgen. Sie können immer an ihren Traum glauben, wenn sie daran glauben, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Niemand kann die Sonne davon abhalten, aufzugehen. Niemand. Nichts. Es wird geschehen. Ich glaube anderswo. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Was würden Sie tun, wenn nichts unmöglich wäre? Welche Träume hätten Sie, wenn Sie wüssten, Sie könnten es schaffen? Aber Sie hatte es in Ihren Händen. Wohin führt Ihr Weg? Der Weg beginnt, hier man seinen Traum ergreift. Die Erhebenswege wachte sie zum heutigen Morgen und sie sagte, ich kann es nicht glauben. Für Ihnen glauben Sie an das Beste, was Ihnen in den Sinn kommt. Glauben Sie an das Beste in den Menschen um Sie herum. Jeder von uns hat einen Weg. Stärken Sie in Ihren Glauben dafür. Gib Dich einen Traum hin, den Du für sie hast und ihnen gibst. Es wird Ihnen Angst machen. Und die Glaube wird gewinnen. Der wird viel gewinnen. Huheh! Huheh! Bis zum nächsten Mal.